Auf dem Dach muss irgendwo eine Flagge sein. Ja, grün, weiß, rot. Was ist das? Polen? Super. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bro. Ja, auf jeden Fall ist hier... Sind Odis Polen? Ja, also... Ich glaube, das ist eine italienische Flagge oder was wir das sagen. Ja, Italien ist es, glaube ich. Ja, sie haben recht, das ist Italien. Ja, glaube ich auch. Vielleicht sind das Italiener, man weiß nicht. Ja, ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Okay, all right. Ich danke Ihnen, bis dann. Bis dann. Digga, was haben Odis mit Italiener zu tun? Digga, was haben Italiener mit Margos zu tun? Wir haben den angeblich erschossen. Ja, sie lügen. Da muss ich leider sagen, ja, sie lügen. Gut, da muss ich euch mit Kryptowährung bezahlen. Nein! Ja, 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 ja. Komm schon, Bitcoin. Lass mich überleben, Bitcoin. Komm schon. Guck mal, Bitcoin. Die Breitwerk ist down. Aushalb, aus. Warum? Chill, Bro, chill, chill. Hier ist noch eine Litecoin. Hey, chill, bitte. Hey, please, Bro, please. Guck mal, ich mach doch nichts. Du hast recht. Du hast recht. Ich hole nicht selber. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Jo, wir liegen. Einen Schaffner rausgefahren, Jungs. Fertig. Ja, 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 ja. Ja? Was fällt dir auf, wenn du dieses Meer siehst? Schwarz. Wie meine Seele. Nein. Das Wasser hat eine Augefarbe. Ey, warum kann ich nicht umfallen? Ich kriege jetzt gar nicht gut. Was ist mit dir? Ich will zehn Minuten, du was letztes mal zu mir sagen würde. Was konnte ich mal zu einer Rhababarkuch zu essen, dass man sie kurz die Rhabababara-barbar-baren nannte. Die Rhabababara-barbar-baren hat wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarberabarabaren Rad pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarberabarabaren Rad bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen. Und an der sich Rhabarberabarabaren Rad-Barbier. Der Rhabarber-Babarber-Babarber-Bart war Bier, kannte von den Rhabarber-Babarber-Baren-Rhabarberas, Rabarber-Babarberas herrlichen Rhabarber-Kuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarber-Babarber-Barbarbar-Barber-Bier-Bier nannte. Ich associiere auch hier die Zeug. Okay, sie können auch rüber. Sie können mir erstmal die F whale abmachen, sie Banause. Ne, sie gehen jetzt erstmal rüber. Wollen Sie eine Kopfnuss? Nee, sie. Hier weiß der Haare kann rüber, Bruder. BAM! Wie ist dein Name? Bilal. Woher kennen wir uns nochmal? Weiß ich nicht. Vielleicht vom früheren Leben. Ah, ja. Was wolltest du hier nochmal? Ich bin vor einer halben Stunde hergekommen, um zu fragen, ob man eine Waffe abkaufen kann. Ah, natürlich. Komm mit. Mowgli. Hier, noch jemand von der gleichen Sorte. Dann sind wir jetzt vollzählig. Äh, bitte, was? Einmal mit dem Rücken zu mir. Startpunkt machen wir, ne Alfred? Alfred? So, einmal ein bisschen mit der Mente reinstecken. So, einmal ein bisschen mit der Mente reinstecken. Hahahaha! Ich mach hier mal die Tür ein. Ähm, meinen Mann da kennengelernt, oder nicht? Sie sind verheiratet, warum reden sie da mit mir? Oh mein Gott, wie schlagen sie mich? So, komm mal. Egal, du was. Was? Wissen wir, Frau schlägt zu? 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 Das macht, die, die. Fass, mach, 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 mach. Fahr, mach, mach, mach! Was macht denn der? oh mein gott der fallschirm öffnet sich nicht nein kurz vor wende darum zieht er sein fallschirm nicht ja okay schweiß 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 oh mein gott schweiß 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 vroenter schweiß Hast du dich ohne gesehen, Alter? Hast du dich ohne gesehen? Ey, 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 Bronco. Ich bin da jetzt fast nicht von unten. Du lachst hier. Wir sind vom Edi-Pad, vom Edi-Pad. Okay, Scotty, 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 push mit mir. Komm, komm, Junge, komm, Junge. Push mit mir, push mit mir. Links im Auto, links im Auto. Ich falle, ich falle. Oh mein Gott. Ich falle. Bruder, ähm, Diego, wo sind die denn, Bruder? Ich komme. Jaaaa! Wo sind die? Ich falle nicht in die kleine Autos. Wo sind die da geschossen werden? Halt deine Fresse! Schieß dich, der Mann will schießen! Nein, entspann dich mal hier. Löwe, komm runter. Ey, Bitcoin. Nein, ob du ein Schöhnchen magst, die Tiere. Zwei Schöhnchen, Mann, hä? Gehst du nicht ab und zu gerne, gehst du nicht ab und zu den Wald und fütterst ein Schöhnchen. Ein, ein Fnie heißen die? Ein Schöhnchen. Ein Schöhnchen. Sag mal bitte nochmal. Ein Schöhnchen? Ja, ein Schöhnchen. Hä? So, du machst sie. Okay, ich lasse sie so stehen, ja? Ja, okay, ähm, ja, die sind niedlich. Ja, fütterst du die auch ab und zu? Nee, ich weiß nicht, was die essen. Magst du Tiere? Ja. Die, äh, die mögen Nüsse. Okay. Eischöhnchen mögen Nüsse, okay. Was für Tiere magst du so? Katzen. Hunde. Katzen und Hunde. Und ein Schöhnchen, ne? Und ein Schöhnchen. 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 Ich wollte mit den Streets nichts anderes erreichen, außer dass du kniest. Und dann auf dem Boden von mir weiterlieg. Fahren durch die Stadt in meinen neuen Gäsel. Geh mit die Passaten. Mit Vertraht, dann mach hab ich mal schlafen. Und ich fliege mit dir hoch über die Straßen lang. Und ich kann dich leiden, wenn mir jemand was zu sagen hat.